Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit dem UpsetTV und eine Folge X-Battle 2 Training, äh, X-Battle 3 Training, ich deb, und zwar hier, ich drücke alle Tasten aus, ja, also hier, nehme ich Bogentraining und ja, heute mit dem Dings-Kit, äh, mit dem, ähm, Spex, ähm, Weihnachts-Texture-Pack. Oh, die haben sich beide gegenseitig weggeschnitzelt. Oh Gott, mein, mein Mausrad geht nicht so richtig. Ach, schade. Nein, verdammt, okay, einmal gestorben. Bitte? Die Map ist neu. Und, ähm, übrigens, ähm, Arax, jetzt mal eine Retalk, wir bekommen ja für eine neue Map und, ja, die wird ja auch in so einem ähnlichen Style sein wie die Rage-Mode-Maps. Wir werden ja eine neue Lobby bekommen, ja, die wird in so einem ähnlichen... Jetzt nicht ganz so, aber... Ja, in so einem ähnlichen, weil die im Rage-Mode sind, genau, Science-Fiction wird die nämlich sein. Ich würde jetzt mal erzählen, ist das eine Infinity-Warfare-Map hier, oder? Das ist eine, ähm, Science-Fiction-Map. Ach, Arax, da wurdest du... Da wurdest du weggeschnitzelt, Arax. Arax? Ja. Da wurdest du, weggeschnitzelt. Ah, fuck. Fang. Oh, shit. Alter. Ich bin ja hier in der richtige Kampf. Verriss dich, bitte. Ah, fuck, ich bin in der 5-Gang. Ah, verdammt. Ich hab den Dings verschossen. Ich hab ja auf meiner Tasse Maus die Tasten gewinnt, derzeit. Oh, fuck, ich hab grad Selbstmord begonnen, fast. Oh, ich bin Schizipü. Ich bin Zweiter. Ach, verdammt. Den holst du nicht. Äh, Viking, ist das ein... Ah, nee, der hat einen Dings gerade, ne? Den müssen wir auf jeden Fall töten. Oh, fuck. Viking. Der Typ kauft sich einfach Rüstung. Ach, der hat mich... Nein! Ja, doch, für PvP-Training. Ich bin Dritter. Du bist jetzt Erster. Du bist Viking, oder? Nee, 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 nee. Bist du ja händlich. Doch. Doch, du bist Viking. Danke für den Tod. Ich weiß, ich hab ein Drop-Wakel bei dem gemacht, gerade. Muss man auch mal so langsam was kaufen im Shop. Ich vergesse das jedes Mal. Bei Wage-Mod kaufe ich mir eigentlich nie was im Shop. Ich mach das immer am Ende, weil ich immer eins mehr hole. Fuck. Oh. Warum? Hä? Ich hab dich doch tausendmal getroffen. Ich direkt mich. Doch, klar, direkt dich. Nur ich hab den Bogen nicht vollgespammt. Voll gespannt. Komm ich hier weg. Hallo? Du hast schon gewonnen? Als ob. Wie schnell. Bis zur nächsten Runde. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Wieder in der nächsten Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Und ja. Heute sind wir mal der Christopher. 18. 8. 1. 100%ig ist das ein Opa, der aufgeraht, um in Kauf zu spielen. Der 1800 geworden wurde. Fuck. Ich bin schon direkt das erste Mal gestorben. Ist auf jeden Fall nice. Auch mal. Ach, der hat mich dem in der Axt getötet. Junge. Die Runde da, der war schon, wo der Frosch gelogen hat. Übrigens spielen wir jetzt mal eine Runde auf Wade. Ist schon wieder mit Naxx. Koroset, Alter. Wer ist das für ein Bengel? Das war ich. Nein, du bist Arak. Spielt. Schon wieder Koroset. Wer ist das? Das bin ich. Du bist nicht Koroset. Oh, da kommt kein Absalteam da. Äh, wir haben uns beide gegenseitig weggesnazelt. Ja, Mann. Einfach so flitsch, flitsch. So ab. Oh, Mann. Nice one. Ach, Mann. Wer hat mich denn da wegge... Das hab ich gar nicht gesehen. Welch Mord ist auf jeden Fall echt ein Training für X-Battle, weil man da mit dem Bogen umgehen muss. Der hat mich ja nicht schon wieder getötet. Quicks. Alter kommt die ganze Zeit on und off und on und off. Ja, da hat er auch gerade in die Gruppe geschrieben, kommt CS. Ich dachte, da muss ich was rauskommen. Oh. WAIT! 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 Gelb, wer hat das, was du hast, ich wüsste es nicht. Wir schlagen uns gerade gegenseitig da rein. Alter, ich hasse es, wenn ich getötet werde, ohne dass ich die Leute sehe. Übrigens startet auf meinem Kanal bald noch ein anderes Projekt. Nichts Battle. Welches Projekt denn? GTA. Ach ja, GTA, stimmt. Wir wollten ja mal ein bisschen GTA suchen. Der lieber Upside hat das jetzt auch. Warum jetzt? Ich hab GTA schon immer. Nur halt nicht für PC. Meinte ich ja. Der hat Rüstung sich gekauft und konnte damit nicht umgehen. Sind immer die Besten. Bitte? Das sind immer die Besten. Nein, das sind bestimmt nicht immer die Besten. Der konnte damit gerade gar nicht umgehen mit der Rüstung. Wow. Da bringt der dann Axt wohl nichts. Oh, jetzt wurde ich auch weggeschnitzelt. Wer bist du, der Kuriost, ne? Kurioost. Du bist Kurioost, Arax. Deine Mama hat dir das auch mal gesagt. Oh nein! Danke. Bündiger. Nein, die Schicksal hat der Drummer. Danke. 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 Nein, Mann. Ach Gott. Ach, scheiße. Wow, ne. Hey, lol. Ich hab dich doch auch getroffen, komplett. Ich hab grad gebackt. Ja, ja. Deswegen, Arax. Du gewinnst nur, weil du backst. Heute backe ich übrigens Kuchen. Schön, Trude. Ja, der. Oh, schön. Arax, du. Hey, lol. Warum hat bei mir auch das Bling-Geräusch? Noch nie einen getötet? Ich weiß gerade, ich liebe Wasser. Oh, Mann, ey. Was denn, oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Und wo wurde ich noch getroffen? Ja, warum? Der da hat gerade sich ganz schön komisch bewegt, Arax. Hilf mir bitte. Oh, ich bin zwei da. Danke. Und? Hä? Oh, der hat gewonnen. Der hat gewonnen, auf jeden Fall. Ich, ich. Bitte? Ich hab gewonnen, schon wieder. Ja. Hä? Du warst doch unter mir die ganze Zeit. Ja, aber ich hab Gottes Licht gekauft. Was heißt Gottes Licht? Ich erklär's dir gleich. Was heißt Gottes Licht? Ich würde da mal sagen, ich erklär's dir gleich. Ich würde da mal sagen, das war's mit der Runde. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haust du rein und ciao, Leute. Ciao, ciao.